Ach ja, ich kann ja auch Impostor werden. Ich vergesse das immer wieder. Ich vergesse das immer wieder. Komm mir keiner entgegen, komm mir keiner entgegen, komm mir keiner entgegen, komm mir keiner entgegen. Ne, 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 bringen wir jetzt nicht um. Das wäre jetzt ein sicheres Ding. Wo muss man denn die Task machen? Jetzt ist es aber schwer, das Ding hier zu machen. Ich muss jetzt erstmal warten, bis hier alle so weit draußen sind. Wo ist denn der Thunfisch? Wenn wir den jetzt killen, dann Sabotage irgendwo unten links machen oder so. Irgendwie nur die 30 Sekunden machen. Mach mal das denn. Komm, komm, komm. sag mal und das war das mit den kommst du sich aber die acht mal gedrückt und schon acht mal okay oder irgendwie immer ja zwei verschiedenen das ja ja aber stand trotzdem 0 von 2 immer das hat mir so gut in die karten gespielt weil wir dann schon die zeit oder gespielt haben ich habe ihn halt ganz am anfang noch in den flur da sag ich mal umgebracht und ich glaube die leite findet erst mal keiner ich habe gesehen dass jean da kurz noch mal stehen geblieben da habe ich gedacht ein flumfisch kommt mir entgegen wo ist denn jean hört sich doch mal die gelegenheit ich hatte die ganze zeit bis angst dass entweder fugen oder oder sich glauben wie sie sich um bringen deswegen habe ich die ganze zeit immer wieder reingeguckt und ich hatte das gleiche problem wie letztes mal halt wenn ich jetzt umgebracht hat und ihr hättet ihn gefunden dann wäre ich ja direkt raus gewesen